Du bist klein wie ein Atom, was kannst du schon ändern von deiner Position? Denn alleine bist du bloß dieser eine von Millionen. Doch du kannst andere erreichen, mit dir reißen wie ein Sog. Gemeinsam sind wir groß. Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario Kart Wii Custom Tracks. Wir haben zwei Remake-Strecken und zwei normale Strecken. Das heißt, wir haben jetzt am Anfang ein bisschen Laberzeit, wo wir uns noch gar nicht auf die Strecke konzentrieren müssen. Das hier ist das erste Video nach dem 24-Stunden-Spenden-Stream. Dem wohl heftigsten Ereignis auf diesem Kanal und auch wirklich einem der heftigsten Ereignisse meines Lebens. Weil das, was da wirklich so passiert ist, das ging, glaube ich, allen, die dabei waren, so. Das war eine Atmosphäre in diesem Stream, die einfach nur unbeschreiblich ist. Und das wirklich so hinzubekommen auf einem Kanal, der wirklich noch so verhältnismäßig klein ist, in Bezug auf die YouTube-Szene. Das ist einfach nur so wow. Ich möchte heute ein bisschen so rein persönlich über das sprechen, was passiert ist. Also wie ich das so aus meiner persönlichen Sicht gesehen habe. Es wird ja auch noch ein ausführlicheres Video kommen, wie viele Spenden zusammengekommen ist, wie sich der Betrag zusammensetzt und so weiter. Ähm, ich kann aber noch nicht ganz genau sagen, wann das ist. Ähm, einfach, das wird die Tage sein. Ähm, aber heute möchte ich einfach mal so ein bisschen so ganz persönlich drüber reden, was abgeht. Ich meine, ich denke, jeder von euch hat es irgendwie mitbekommen, der sich dafür interessiert. Ich habe es auf allen sozialen Medien geteilt, die ich irgendwo besitze. Äh, also auf Instagram, auf Snapchat, auf Twitter. Ähm, es sind 940 Euro gespendet worden. Ähm, und ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, unter diesen ganzen, ich habe ja gesagt, es wird auch noch Abzüge geben. Äh, also das reine Geld, was wirklich von euch zusammengekommen ist, mitsamt den Abzügen, sind glaube ich 800, lass mich nicht lügen, 870 Euro. Und, ähm, dann kommen ja noch die Verkäufe aus dem Hübi-Shop hinzu. Ähm, also wir kommen allein durch die Community. Auf knapp 900 Euro. Und, ähm, ich werde dann safe auch noch was draufpacken, das kann ich euch sagen. Und noch eine ganz, ganz große Sache, die kann ich jetzt hier schon mal ansprechen. Äh, oder nein, nein, die spreche ich nicht an. Die spreche ich nicht an, das möchte ich mir noch für das, für das zweite Video aufheben, indem ich nochmal detailliert über die Summe spreche. Aber, es hat sich noch ein Spender gefunden. Es hat sich noch ein Spender gefunden, der nochmal einen größeren Betrag draufgepackt hat. Mehr möchte ich dazu noch gar nicht sagen. Vergesst das mal, nehmt das mal als Vorfreude. Nehmt das mal als Vorfreude. Das brauche ich jetzt hier noch nicht verraten. Ähm, es hat sich aber auf jeden Fall noch ein Spender gefunden. Und, ähm, was da jetzt letztendlich wirklich nach, äh, nach Indien geht, das wird dann in dem Video kommen. Da möchte ich jetzt noch gar nicht drüber reden. Lassen wir uns doch mal ein bisschen so drüber reden, wie ich das persönlich alles wahrgenommen hab. So, so meine persönlichen Highlights, nenne ich's mal. Also, ähm, der Stream ging natürlich wie zu erwarten, ne? Mit dem ein oder anderen technischen, äh, defektlos. Ich weiß gar nicht mehr, was das Problem war. Da bin ich mir grad gar nicht mehr, ich bin mir grad wirklich gar nicht so sicher. Ir, 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 irgendeinen, irgendeinen Fehler hatten wir. Ähm, oh. Ich glaub aber, den konnte ich relativ schnell beheben. Äh, auch wenn ich euch nicht mehr genau sag... Ah, das war das Problem, das Lautstärke-Problem. Der, der, die, der Spenden-Alert war viel zu leise. Ähm, aber das hab ich zum Glück relativ schnell gefixt bekommen. Aber, es ist klar, deswegen hab ich auch Diddy Kong Racing an den Anfang gepackt. Irgendein Singleplayer-Spiel, wo man auch gerne mal Pause machen kann. Das hab ich nämlich aus den letzten 24 Stunden Stream schon gelernt. Am Anfang hat man immer mit technischen Problemen zu kämpfen. Immer. Äh, und deshalb war's gut, dass ich dieses Problem in gewisser Weise vorhergesehen hab. Und deshalb erstmal genug Zeit hatte, um mich darum zu kümmern. Ähm, aber das war relativ schnell beruht. Ja, aber wie auch schon im 24 Stunden Stream vom letzten Mal. Ich glaub, innerhalb der ersten halben Stunde hatten wir schon die 100 Euro voll. Verbessert mich, wenn ich falsch liege. Aber ich glaube, es war so. Äh, und das ist halt einfach immer wieder verrückt. Was, was da einfach schon innerhalb immer wieder so kurzer Zeit zusammenkommt. Und ich dachte eigentlich, ja, das ist dann eigentlich... Ja, am Anfang pulvert halt jeder so... Ich... Das klingt nicht so bescheid. Gibt halt jeder das ab, was, was er halt sich vorgenommen hat zu spenden. Und dann meint, die geben vielleicht am Ende nochmal was. Aber, was da über ein... Also, in was für einer Konstanz da immer wieder Spenden abgegeben wurden. Und wie oft ich jetzt schon in diese Löcher gefallen bin. Das war... Das hab ich einfach so vom Hocker gehauen. Ähm... Und vor allem auch so... Wie viele und auch unterschiedliche. Und das ist... Es ist echt krass. Und wie tief die Leute da teilweise in ihre eigene Tasche gegriffen haben. Aber diese ganzen Spenden-Highlights und Zahlen, das wie gesagt soll alles in diesem Extra-Video kommen. Wo ich auch nochmal speziell allen Leuten danken will. Die da gespendet haben und mich unterstützt haben. Ähm... Aber wir können festhalten, dass... Das ist, glaube ich, für alle sehr geil. Also, ein persönliches Highlight für mich persönlich war auf jeden Fall das Mario Kart 8-Turnier. Ich kann dir nicht sagen, warum. Aber es hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht. Mit euch allen da zu fahren. Und ich glaube, drei bis vier Leute haben ja da um den ersten Platz gekämpft. Und ich weiß nicht. Es war... Es war einfach so... Es war wirklich ein ziemlicher Ehrgeizgedanke da. Also, irgendwie... Man wollte nicht hinten liegen. Man... Irgendwie wollte man einfach immer... Man wollte schon Erster sein. Und... Das ist schon sehr cool, dass da wirklich so ein Wettbewerbsgedanke entsteht. Trotzdem natürlich war alles ziemlich chillig. Wir finden es die Rainbow Road Solar Edition. Das ist auch die von MK7. Also, wie gesagt, ich frage mich, warum MK7-Strecken nicht gekennzeichnet werden. Keine Ahnung. Äh... Aber es ist auf jeden Fall mega cool gewesen. Das hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Natürlich auch, ähm... Wie ich es, glaube ich, schon mal davor irgendwann gesagt habe. Die coolsten Momente sind einfach die von 0 bis 8 Uhr. Weil da einfach noch der Karte-Kern ist. Obwohl das jetzt... Jetzt kommen wir zu dem Highlight, wo ich hin will. Erst ab 3 Uhr der Fall war. Ich glaube, um halb 2... Waren einfach immer noch, glaube ich, über 80 Leute da. Zu der Zeit, als Dom Tendo im Chat war. Ähm... Der war ja auch eine ziemliche Zeit lang da. Ähm... Also, Domi hier hätte ich nicht gedacht, dass du so lange da bleibst. Ähm... Also, wirklich, so von 0 bis 2 Uhr war im Title 97, 98 Leute. Wir haben also fast immer an der dreistelligen Marke gekratzt. Und das zu so später Stunde. Hätte ich null erwartet. Hätte ich wirklich null erwartet, äh... War ich absolut happy drüber. Dass da so lange noch was los war. Und wir da, als ich Mario Sunshine zu dem Zeitpunkt gespielt habe, wirklich über die verschiedensten Sachen geredet haben. Also, das war, ähm... Hätte ich nicht erwartet, dass es... Dass sozusagen diese Stimmung und diese Interaktion zu dieser Uhrzeit stattfindet. War megamäßig. Und, ähm... Ich glaube, wo wir uns alle einig sind, was wirklich das absolute Highlight des Streams war. Das war die letzte halbe Stunde. Also, das Super Mario 64 DS Race mit Kai war auch sehr cool. Äh... An der Stelle kann ich mich, auch wenn ich die Danksaggung noch mal raushal, noch mal bei meinen... Bei meinen Mods, ähm... Alina und Alp bedanken. Weil ich in der Zeit wirklich sehr wenig auf den Chat eingegangen bin. Das habe ich auch mehrmals im Stream gesagt. Weil... Einfach, wenn ich einen Gesprächspartner dabei habe, dann... Kann ich mich entweder auf den Chat oder auf den Gesprächspartner konzentrieren. Aber nicht auf beide. Ähm... Und da bin ich sehr froh, dass die sich darum gekümmert haben. Es kam wohl der eine oder andere voll Depp vorbei. Äh... Aber um den sich die beiden dann aber gekümmert haben. Also, die haben hier für Recht und Ordnung gesorgt, die beiden. Ähm... Ich weiß, ich wollte die Danksaggung irgendwann anders machen. Aber das wollte ich jetzt an der Stelle einfach mal erwähnen. Weil ich da auch einfach mega happy bin, wie das alles gelaufen ist. Und... Ähm... Ja... Das Race hat mir persönlich auch mega Spaß gemacht. Ich glaube, es kamen wirklich höchst interessante Themen zustande. Über die Kai und ich da geredet haben. Ähm... Keine Sorge, die Videos, äh, zum... Die... Die... Ich glaube, 18 Stunden insgesamt habe ich aufgenommen, die ich veröffentlichen kann. Weil zu einer Zeit ich ja auch Gamer-rechtliche Mucke gespielt habe. Ähm... Die kommen alle noch. Keine Sorge, die kommen alle noch online. Jeder Stream hat, glaube ich, an die 150 Likes. Und... Wirklich 2000 Aufrufe. Hat, glaube ich, einer sogar. Also, es ist einfach... Ich habe mir natürlich immer im Kopf ausgemalt. Okay, wie wird dieser Stream im Best Case verlaufen? Wie... Was passiert, wenn... Wenn hier wirklich alles so gut zusammenläuft und so weiter. Und was könnte da zusammenkommen? Aber... Ich habe es auch schon dem... Dem Dieter, also der... Der Mann von dem Ehepaar, was sich da um... Um das Kindheim in Indien kümmert. Ich hatte es dem schon in der vorherigen Mail geschrieben. Ähm... Ich habe ihr gesagt, dass ich dafür sammeln würde und so weiter. Habe ich mir so geschrieben. Wenn alles gut läuft... Also, wenn es wirklich gut läuft, dann kommen so... 400, vielleicht sogar 500 zusammen. Das habe ich ihm geschrieben. Und... Naja... Wenn wir jetzt am Ende auf den Spendenbetrag gucken... Stellen wir alle gemeinsam fest... Ist ein bisschen mehr. Ist ein bisschen mehr. Und es ist einfach fast doppelt so viel. Und wenn wir die 400 als Richtwert nehmen, dann ist es sogar doppelt so viel. Und... Ähm... Das ist... Das überwältigt mich einfach. Und ich höre mir jetzt einfach immer wieder diesen Track einer von Millionen von Kollegen an. Ich habe ihn euch ja schon mal gezeigt. Wo mir dann übrigens auch der Stream gesperrt wurde für die kurze Zeit. Aber das ist jetzt... Weniger relevant. Ich verbinde jetzt immer diesen Track mit dem Stream. Und immer jetzt, wenn ich diesen Track höre, kriege ich einfach nur... Einfach nur Glücksgefühle. Weil ich auf diese Aktion zurückschaue. Und das habe ich auch schon im Vorhinein angekündigt in der Custom-Tracks-Folge. Das ist jetzt das Erste. Wirklich große Handfeste. Was wir als Community geleistet haben, was man auch nach außen zeigen kann. Wir hatten natürlich immer voll das geile Feeling hier in der Community. Aber ich glaube, das ist einfach mal so ein richtig dickes Aushängeschild. Womit wir uns immer brüsten können, wenn über die Hübi-Family gesprochen wird. Wenn Leute über die Hübi-Family reden, ah, was können die denn? Was machen die denn? Dann haltet ihr denen einfach diesen Spendenbetrag. Mit der... Im Vergleich mit dieser Abonnentenzahl vor die Augen, ne? Und dann müssen alle einsehen. Shit. Die sind ja richtig heftig. Da haben wir wirklich gemeinsam was erreicht, was einfach nur vorzeigbar und... Bowser, ich hasse dich. Und übel ist. Das ist einfach ein Ergebnis, das überzeugt auch jeden, der mit YouTube noch nichts am Hut hatte. Weil, wenn du sagst, hey, was machst du so? Machst du YouTube? Ja, ich hab noch YouTube-Videos. Könnt ihr direkt in die erste Frage... Ah, wie viel Geld verdienst du mit YouTube? Jetzt sag ich so, zack, ich hab einen Spenden-Stream gemacht. Oh, mit knapp... Äh, lasst mich lügen, ne? 2000. Knappen 2000 Leute, ne? Wir waren ja davor noch deutlich weniger. Das kamen, glaube ich, 140 Leute dazu über den Stream. Haben wir einfach mal 940 Euro gesammelt. Und dann würde ich da sagen, oh ja, deine Community, die hat's ja drauf. Und deswegen bin ich auch einfach so unfassbar happy, weil... Wie gesagt, das ist einfach... So was... Das kann man einfach greifen. Das haben wir einfach als Community erreicht. Und das ist... Ich bin einfach nur stolz. Ich bin einfach nur verdammt stolz, wie das alles gelaufen ist. Und das hier heißt, glaube ich, Castle of Time, die Strecke. Also so hab ich den Stream so ein bisschen miterlebt. Also ich muss sagen, diese riesige Community-Interaktion, da nachts um 1 oder 2, wo wir an die 100 Leute waren und Sunshine zusammengespielt haben, die fand ich sehr geil. Das MK8-Turnier war wirklich megamäßig. Das Race gegen Kai hat richtig viel Spaß gemacht. Übrigens haben wir auf der Strecke, äh, das Triforce in den Itemboxen, wollte ich ja nur mal erwähnen. Äh, und... Naja, die letzte halbe Stunde schlägt, glaube ich, alles. Ähm, oh Gott, da geht's gar nicht runter. Äh, also sowas, sowas Episches habe ich, glaube ich, echt noch nie erlebt. Und... Ich weiß auch gar nicht, wann das wieder getoppt werden kann. Das wird erstmal ein Ereignis bleiben. Also, dass wir, glaube ich, noch ganz, 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 ganz lange zurückdenken können. Und immer wieder stolz drauf sein können. Immer, immer wieder. Immer wieder können wir da stolz drauf sein. Ähm... Es wird auf jeden Fall nicht der letzte Hubi Charity-Stream gewesen... Hubi Charity-Stream gewesen sein. Das verspreche ich euch. Ich glaube, mit diesem Stream haben wir den Namen Hubi Charity aber sowas von etabliert. Ähm, und... Das wird safe nicht der letzte gewesen sein. Das verspreche ich euch. Ähm... Mal sehen, wann das wieder sein wird. Natürlich nicht allzu schnell. Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht jedes halbe Jahr mache. Oder jedes Jahr. Vielleicht ist es ja wieder um die Zeit. Keine Ahnung. Äh, wann sich da was ergibt. Aber ich denke, das wird nicht der letzte Wohltätigkeits-Stream sein, den ich machen werde. Ähm, auch wenn die nächsten vielleicht nicht mehr so krass werden. Weil das, was da passiert ist. Ich... Ich weiß aktuell nicht, wie man das tocken kann. Ich weiß es nicht. Ich... Es ist... Ja, also... Das ist das Heftigste, was wir gemeinsam hier in ein Dreivierteljahren Kanalgeschichte geschafft haben. Und... Ähm... Ich hätte nicht gedacht, dass es so übertrieben wird. Ich habe mich natürlich drauf gefreut. Und ich habe auch vor dem Stream getwittert. Hey Leute! Boah, ich bin ja schon ein bisschen nervös, was den Streamern geht und so. Weil ich einfach nicht ahnen konnte, was passiert. Aber das hat einfach mal alle Erwartungen gesprengt. Also, ähm... Ich werde demnächst nur noch mal jetzt abschließend hier zur Info auf jeden Fall ein Video machen, wo ich ganz detailliert, äh, über die Zahlen sprechen werde. Wie viel zusammengekommen ist und so weiter. Äh, wie viel letztendlich runter nach Tibet geht. Auch, äh, werden wir erfahren, was mit dem Geld gemacht wird. Äh, wir werden auch ganz detailliert erfahren, was mit dem Geld gemacht wird. Äh, mehr dazu auch noch in diesem speziellen Video. Äh, da kriegen wir auch noch ganz genaue Infos drüber. Und natürlich möchte ich mich dann auch noch mal bei allen bedanken. Das werde ich auch noch in diesem Video dann sehr explizit machen. Ähm... Aber in diesem Video hatten wir wirklich sehr, sehr viele tolle Leute, die mich entweder durch Spenden unterstützt haben oder durch anderweitiges. Ähm... Und... Ja, da wird auf jeden Fall noch was kommen. Ich wollte nur hier einfach so ein bisschen kurz drüber reden. Einfach so ein bisschen freie Schnauze drauf los. Nicht groß durchstrukturiert oder so. Und, äh, ja. Bin jetzt wieder wach. Ein kurzer Side-Fact noch. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe am Anfang vom Video. Da bin ich jetzt nicht sicher, aber ich habe es auf Twitter gepostet. Ich bin nach dem Stream am Mittwoch, bin ich glaube ich so um drei ins Bett gegangen. Und... Hab gepennt. Bin kein einziges Mal aufgewacht, also ich habe wie ein Stein durchgepennt. Bin einfach mal Donnerstag um acht Uhr in der Früh aufgewacht. Ich habe einfach mal achtzehn Stunden danach durchgepennt. Ohne ein einziges Mal aufzuwachen. Ich bin erst mal aufgewacht. Ich habe eigentlich so damit gerechnet, ja, ich wache dann halt irgendwann am Mittwoch wieder um... Acht Uhr, neun Uhr oder so abends auf. Aber... Nix da. Durchgepennt. Bis acht Uhr in der Früh und... Ja, jetzt nehme ich jetzt den Donnerstag Mittag auf. Ich werde es auch noch Donnerstag hochladen. Äh... Das ist... Schon... Ein schönes Gefühl, aber... Ich habe noch nie in meinem Leben achtzehn Stunden am Stück... Am Stück... Geschlafen. Ohne einmal aufzuwachen. Ich bin erst mal aufgewacht, habe erst mal meine Klamotten angeschaut. So, hä? Ja, doch, mit den Klamotten habe ich mich hingelegt. Und habe erst mal gedacht, geht mein Wecker falsch. Da hat mir irgendwie Stromausfall. Und da hat sich irgendwie... Die Zeit hat sich zurückgesetzt und... Ne, aber es war Donnerstag, acht Uhr in der Früh. Ich habe so lange gepennt. Und mein Körper hat das auch gebraucht. Aber ich würde das... Jederzeit wieder tun. Es war mir eine Ehre, so lange wach bleiben zu dürfen für euch alle. Ja, Freunde. Das soll es gewesen sein, ähm... Für diese kleine Custom-Tracks-Folge. Verrückt nach so einem epischen Stream wieder... Mit ganz normalen Videos weiterzumachen. Es wird jetzt auch wieder regelmäßiger werden. Ihr habt gemerkt, vor dem Stream, die Woche war echt wenig los. Habe ich aber auch ein bisschen darüber gequatscht. Jetzt wird hoffentlich wieder Regelmäßigkeit reinkommen. Vielen Dank fürs Einschalten und vielen Dank für alles, was passiert ist. Wir müssen jetzt mal wieder in den normalen YouTube-Alltag zurückkommen. Zumindest ich. Haut rein, Freunde. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Euer Hübi. Bis zum nächsten Mal.